dass ich hier erstmal die mitch machen kann und ich bekomme dann mit Covertar in der Parlament Das Match könnte auf jeden Fall nice werden Letzte Woche mit den beiden auch gegrindet, Wolf findet auf jeden Fall langsam seinen Weg mit Mewtwo Aber er könnte glaube ich immer noch Probleme mit Bowser haben Vor allem gegen Naticbo der mittlerweile auch gern mal für ein gut gesetzten Hardroot geht in Smash Ist immer nicht so einfach, gerade wenn du so eine große Hitbox hast wie Mewtwo Aber gucken wie es läuft Ok, es waffelt ihn ja erstmal auf Stage Und holt sich auch das Dead Control direkt wieder zurück, ja. Okay, das war unvorsichtig. Rising Every Hits gegen Bowser, keine gute Idee. Oh mein Gott, da kommt er direkt damit, okay. Macht ein bisschen Schaden, nice. Es sind nicht super viele Prozente, aber da kamen ein paar Prozente dabei raus, auf jeden Fall. Schönes String gewesen. Jetzt aber wieder, offstage, aber... Okay, der Grab misst auch. Und jetzt wieder offstage, das ist halt das Ding, ich meine die haben even Prozente, aber... Bowser überlegt natürlich viel länger. Teleport Recoveries, glaube ich, auch nicht so gut gegen den Fire Breath. Oh, aber das trifft den Shadow Ball. Er holt sich den ersten Stock, also ja, bis jetzt sieht das eigentlich gar nicht so schlecht aus wie ihn. Mal gucken, wie es weitergeht, okay. Schöner Spot Dodge. Oh, Shadow Ball confirms, die kann krass werden. 47%, fast noch mal ein bisschen Fire Breath dafür. Okay. 68% hat er jetzt, okay, aber da frisst er die Fire. Und die reicht aber nicht, krass. Geht auch schön deep, um den Fire Breath zu stallen, sehr nice. Boah, die Dash Attack, die hat auch immer schön was gebracht. Leider nicht ganz getroffen. Und ja, das war's jetzt auf jeden Fall, das war's. Da hört man nur zu weinen. Ganz traurig ist er. Okay. Backthrow, Marco hier schon wieder auf jeden Fall bei ziemlich wenig Prozent und versucht ihn da zu edgeguarden, aber auch nicht zu krass zu committen. Diesmal den Spot Dodge greeted und direkt den Tag Chase mit dem Fireball, ähm, den Fire Breath bekommen. Boah, einmal zu viel gejumped, das hätte er eigentlich reacten können, schade. Ist aber auf jeden Fall viel mehr aware auf die gefährlichen Options von Mewtwo. Lässt sich da nicht mehr von der Side-Bee treffen. Down-Bee haben wir auch schon länger nicht mehr gesehen. Da ist wieder Off-Stage, da kann's funktionieren. Da muss er aufpassen, okay, teleported Off-Stage, holt sich keinen Punish. Und genährt. Oh, das war greedy, das war greedy. Teleported auch wieder Off-Stage, wieder das zweite Mal jetzt. Da ist zum Beispiel so eine Chance, wo er für... Oha, sehr geil, sehr geil getu-framed, Alter. Den Frame Breath, das kann gegen viele Recoveries, Alter. Und dann einfach mit dem Fire, äh, F-Tilt, sich den Kill holen. Sehr nice. Okay. Krieg da schon wieder einen ordentlichen Zwei-Hit-Konfirmen, 46% jetzt auf Mitte. Oh, schade, bisschen verschätzt. Triften wir die Side-Bee, oh, schon wieder, schon wieder so... Schön Damage rausgeholt, 63%. Leider, oh, verdammt, der hätte noch ein Fall extenden können, den Advantage. Aber leider hat er sich gedreht. Das Pivot-Grab draus geworden, hat er noch den Jump? Nein, hat er nicht, verdammt. Das ist bitter, das ist bitter. Es geht das 1-0 an Epic, aber es war schon ziemlich knapp auf jeden Fall für's erste Match. Bin gespannt, wie es weitergeht. Wo ist hier denn eigentlich? Ich hab halt nicht gehalten. Perfekt. Ich hab halt nicht gehalten. Perfekt. Aber ja, das... Oh, da hat er jetzt noch raus. Okay, Game Nummer zwei geht schon wieder auf PS2. Ist jetzt keine große Überraschung. Hier in der Leap-Stage. Auch für beide, glaub ich, gar nicht so schlecht. Man trifft da schon wieder die Daumen mir direkt. Confirmed da wieder schöne 40%. Also, muss schon sagen, der Advantage von, äh, Wilhelm wird auf jeden Fall cleaner. Wilhelm, Wilhelm, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Wolf. Oh, und da kriegt er auch den Air Doge rein. 91%. Chargte aber ein bisschen zu lange ab. Bausers Hitboxen auch ziemlich riesig. Könnte da wieder... Okay, leider einmal den Framelf gestoppt. Jetzt hätte er vielleicht wieder für den 2-Frame gehen können. Und den Grab auch misspositioned. Diesmal versucht er den Heart Rate, aber es hat nicht geklappt. Da kann er einfach schilden, wenn er grounded ist sowieso. Vielleicht eher versuchen, aus dem Advantage zu bekommen. Da war der Pleasure vielleicht grad... Okay, das hab ich auch noch nicht gesehen. Das ist einfach den Fire Breath Reflected und auf Pause damit gemacht. Ob das abbricht. Gut zu wissen. Auf jeden Fall... Nitek Bro jetzt wieder ein bisschen behind. Aber war der erste Game auch schon. Muss nichts heißen, haben wir gesehen. Und direkt wieder den Flame Breath bekommen. Ja, baut auch langsam seine Prozente auf. Da muss er mehr aufpassen. Er frisst schon die ganze Zeit den Down-Bee von Mewtwo. Das ist sehr sad. Wenn er das schildet, kann er halt einfach den Rebrap punishen. Ja. Okay. Das ist painfulste und dann... Okay. Außer Hitbox auf jeden Fall. Aber kann der Charakter schon haben. Trifft diesmal nicht den 2-Frame. Aber halt das Mix-Up mit dem Empty Hop Side-B. Reicht sogar. Krass, hätte ich nicht gedacht. Das sah sehr aus, als würde er noch überlegen. Die Side-B hätte, glaube ich, treffen müssen. Wenn wir ehrlich sind. Das sah weird aus. Auf jeden Fall, jetzt ist es wieder halbwegs even. Ich weiß nicht, wie lange Mewtwo noch Bowser kommen kann. Also bis zu wieviel Prozent jetzt gerade sein Early Confirm hat er jetzt quasi schon raus mit den 67. Trifft schon wieder den Flame Breath. Versucht diesmal zu Let-Trappen. Schon wieder ein Mix-Up mit dem Empty Hop. Sehr nice. Ahhhh. Kriegt den Edge-Cut mit dem Down-B. Aber hat nicht gespiked. Ich weiß auch nicht, wie der spike genau. Ich glaube, man muss jumpen, um das zu bekommen. Das war vielleicht einfach nur ein Dings. Normal Get-Up. Und dann den Tag-Chase. Ja, das cover natürlich alles. Sehr smart, da den Shadow Ball zu schießen auf jeden Fall. Aber, ich würde sagen, Bowser hat gerade einen kleinen Vantage. Ich meine, Mewtwo könnte er jetzt auch killen. Ok, naja, jetzt gerade natürlich nicht, wenn er auf Stage ist. Krass. Geht diesmal ein bisschen länger auf Stage mit der zweiten Wecker. Und holt sich den Kill diesmal auf Safe. Ok. Ok. Ja, jetzt aber die Side-B. Da war sehr greedy mit der Down-B gerade. Hat es auch schon öfter geklappt. Aber nicht unter den Bedingungen. Da muss man vorsichtig sein. Auch schon wieder letzter Stock. Ok. Ja, jetzt ist er ready dafür, so wie es aussieht. Ich muss jetzt trotzdem aufpassen. Off-Stage ist keine gute Position für Bowser in dem Match-Up. Mewtwo kann schon ziemlich gut edge-guarden. Uh, kriegt aber nicht die Shadow Claw. F-Tilt, was auch immer. F-H, glaub ich. Ich komm mit den Moves immer noch nicht klar, Alter. Das ist schlimm. Ah ja, das war's. Ist schon wieder relativ greedy gewesen, aber es hat funktioniert. 1-1, Leute. 3-2, hier. Ich hab halt den ersten am Innen-Gide. Und das war der Fehler. Und dann war alles auch egal. Mal gucken, wie das Game 3 aussieht. Dieses Mal geht es so ein Battle für Lute. 3, 1, GO! und da war der Jumpback bitter, aber diesmal auf jeden Fall ein klarer Lief von Bowser oh, der hätte ein bisschen länger Schild halten müssen der kleine Shadow Ball scheint nicht so oft zu funktionieren auch muss ich sagen da ist der Flame Riff einfach zu stark, für kommt er auch gar nicht durch und auch viele von Bowser's Hitbox sind echt lange raus und die klänken dann einfach jetzt hält er auch echt einfach mal länger Schild, das ist glaub ich auch ziemlich wichtig in dem Matchup einfach ein bisschen im Schild bleiben und auf ne Gelegenheit warten die API zu benutzen gegen Rising Ariels oder was auch immer hatte ich auf jeden Fall immer noch ein kleines Prozentlied gehabt aber jetzt wird es auch ein bisschen gefährlich für Bowser aber diesmal geht es nicht für den Air-Deutsch rein, sondern covered den normalen Air-Deutsch oh ja, da ist schon wieder der Jumpback das war wahrscheinlich Buffer Bullshit, aber ist auch der zweite Stock für Mewtwo leider ja genau, das ist das andere was ich in diesem Matchup richtig hasse oh ja, aber man muss auch sagen, trotz dass es dies, Marco spielt das ja diesmal richtig clean äh, außer Back, ja und geht da, boah, scheinbar nicht in den True Dream bekommen aber es könnte auf jeden Fall 3 Stock werden, wenn es weitergeht have throw okay ist auch aware für den Edge Guard das war eine greedy Down-Air, aber konnte er nicht panischen die Reaktion nicht schnell genug gewesen spielt sehr gut um den Shadow Ball rum, ich glaub, wurde noch nicht einmal getroffen das ganze Spiel diesmal okay, aber diesmal hat er den Chill damit gewählt, aber es reicht immer noch nicht hätte er absolut gereicht, ich glaub nicht Bowser ist einfach zu riesig und zu fett aber ja, das wird es auf jeden Fall sein und trotzdem noch 2 ganze Stocks, 45% noch im Lead glaub das wird sehr schwer werden ist er grad mit dem F-Tilt ja das ist anscheinend ein Ding okay, nice ist er auch ready für die Seleport Recovery, also wir sehen hier nice Micro Adaptions von Marco, muss ich euch sagen viele Sachen, die in den ersten beiden Games nicht so gut geklappt haben funktionieren jetzt richtig nice und er kann einfach richtig gut die ganze Zeit seinen Advantage schalten das ist krass okay, Roll-Reed versucht das ist mal nicht geklappt leider kriegt auch mal ein Confirmer aus dem Shadow Ball, geht wieder für Astro ich denke mal Down-Trop killt bei den Prozenten nicht mehr ja, oder die Down, ja kann man machen bei den Prozenten auf jeden Fall und das ist das 2-1 einließen deutsch du bist du kleinen Fleisch ne, ich hab tatsächlich ah, ich weiß nicht ob du das bei anderen Charakter noch zu tragen du Deal hast,候 die erste hab ich nachhin gehe halt du bist für links Peeren im Moment, wer ich das gemein hat hab ich dann nach links außen gehe halt deswegen ich aus der...umer closet waren Bond Nein, nein, war's gut? Okay, nur 4 geht dann anscheinend auf Hollow Bastion. Ne, startet direkt mit dem Flame Breath, kann man machen. Ich mein, wenn man sich sicher ist, was der Gegner am Anfang tun wird, und wenn er halt nach vorne dash direkt, dann ist es auf jeden Fall ne gute Idee. Hat auch direkt 18% genommen, und der Schild war auch low direkt. Ne, 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 ne. Side B? Bisschen zu langsam. Shadow Ball hat noch getroffen anscheinend, das hätt ich auch nicht gedacht. Ja, diesmal sieht's auf jeden Fall ein bisschen mehr I-Ball. Jab kann allerdings nicht gegen Bowser machen, sonst wär das auch wieder ein richtig nice Athletisch gewesen von Wilhelm. Ich muss schon sagen, in YouTube sieht mittlerweile gar nicht so schlecht bei ihm aus. Zumindest die Kombos sind ziemlich gut mittlerweile, hab ich das Gefühl. Bowser natürlich auch ganz schönes Combo-Food. Den juckt's auch nicht so sehr bei 100% zu sein, wenn wir ehrlich sind, der kann er noch ein bisschen länger. Der Down-Tilt hat mich getroffen, hätt ich auch nicht gedacht. Und ja, ob er die Fair sitzt. Mewtwo auf jeden Fall ein ganzes Stück leicht, ey. Der muss halt schon mehr aufpassen, keinen Hits zu bekommen. Oder er trifft natürlich nen Edge Guard. Das ist auch immer sehr gut, ne gute Wind Condition auf jeden Fall für Mewtwo. So, um mal mit dem Stock auch zu closen und halt sein Lieblingschnitt mal runter zu spielen. Und dann muss er auch nicht so viel approachen. Ich mein, du kannst ja an sich campen. In dem Match-Up. Bowser campen oder generell Heavis campen ist wahrscheinlich immer ne gute Idee. Vielleicht nicht bei DDD unbedingt. Aber sonst. Zweiter Stock hier auch schon bei 100% ey. Sieht... Marco hat... Oh nein. Wir hassen es, das zu sehen. Sieht leider aus, als wird es nicht mehr so lange gehen. Okay. Diesmal konfermt der aus dem Down-Tilt raus. Das sah sehr true aus, aber vielleicht auch nicht richtig die Eid. Mal gucken. Okay, nein. Oh, geparriert einfach diesmal. Er lässt sich von den Sachen nicht mehr treffen, ey. Dass er es nach zwei Games schon so gut hinbekommt, finde ich krass. Ich bin bei sowas immer sehr viel langsamer. Da versuchte er auch wieder die Landinger durchzukriegen, aber es hat leider nicht ganz gereicht. Wollte da wahrscheinlich wieder für ein Jump-Mix-Up gehen. SideBee war da allerdings ein bisschen riesig, die Hitbox. Und jetzt ist es noch eine Frage der Zeit, bis Mewtwo halt wahrscheinlich seinen letzten Stock auch verliert. Könnte auch schon der 2-Frame werden. Ne, ist es nicht. Kein Pammel, 57%. Oh, nice. Okay. Geh das Mix-Up, aber hat funktioniert. Okay, kann er es noch panischen, oder kommt er da raus? Ja, das kann er panischen, krass. Jetzt gerade versucht er nochmal alles rauszuholen. Also im letzten Stock auch nochmal sehr klingend gespielt, ist auch sehr viel vorsichtiger jetzt. Flame Breath. Wieder nicht funktioniert. Uh, das ist der F-Tril, äh, F-Tril. Dann hol ich mal den Agrois-Regurt und spiel ich jetzt. Ja, ich finde zu weit ist es irgendwie schwer. Also Schi kann schlecht rumnerven, wenn ich selbst mit deinem Schild an das haut. Ja, ich glaube gleich, dass ich einfach Bauch halt so schnell in Watteboll ist immer, weil wir so manchmal schwingen, ne. Ja.